Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du denkst, so jetzt geht's los, jetzt geht's los, weil dies und das wird gemacht und du findest raus, es wird gar nichts gemacht. Yo, Deutschrap. Punch Arroganz erreichte das erste Mal durch das VBT größere Bekanntheit. Nach einem Mixtape und einer Free EP unterschrieb er bei Babassar Zalunkenbande. Er war zusammen mit Zart und Esther auf dem Beute-Schema-Sampler zu hören, bevor er zwei Solo-Alben und einen Kollabo mit seinem damaligen Label-Boss veröffentlichte. Mittlerweile ist er mit seinem eigenen Label am Start und hat sein drittes Album Schmerzluss in der Pipeline. Ich war auf dem Gig seiner Pre-Listning-Tour dabei. Das heißt, er spielt Songs vor Publikum, die er teilweise noch gar nicht aufgenommen hat. Die Songs kommen gut an, so hab ich's auf jeden Fall im Gefühl und das sind alles so Dinger, die man auch ganz schnell mitschreien kann. Und deswegen ist es kein Abbruch in der Show, weil jetzt auch immer was Neues dazwischen ist, sondern es geht einfach so im Ganzen mit. Ich glaube einfach, dass diese Songs speziell, die ich jetzt für die Pre-Listning-Tour noch ausgewählt habe, ich spiel ja nicht alles vom Eiwein, sondern wirklich nur ein paar, das sind so die Dinger, wo ich weiß, okay, das sind auch wirklich welche, die so live-tauglich sind, dass man die auch wirklich schnell mitschreien kann. Aber wer weiß, ich hab ja jetzt die anderen Songs auch nicht probiert. Vielleicht wär da die Menge auch voll abgegangen, aber das sehen wir dann ja spätestens auf der nächsten Tour. Was weißt du von Wut? Was weißt du von Schmerz? Bis zum ersten Tag ist das alles nichts mehr wert. Ich weiß, das ist falsch, doch kann ich nicht mehr wehren. Es ist immer für Leer und Jess! Würdest du die Songs nochmal irgendwie ändern, wenn das Feedback von den Fans jetzt irgendwie ist, von wegen so, oh, das und das hat mir nicht so gefallen oder da hätte ich mir das anders gewünscht? Nee, nee, weil ich glaub, man muss sich das dann auch mal auf Albumlänge so geben können, um zu schnallen, was ich überhaupt damit mache. Für live ist es natürlich, man versteht nicht jede Silbe, man hat gar nicht die Ruhe, sich das reinzuziehen an. Und wir wollen ja hier auch den Abriss hochziehen. Aber ich glaube, ich werde ein paar Songs noch abändern, einfach weil ich merke, wenn ich sie live spiele, kommen ein paar Lücken, die ich zwangsläufig lassen muss oder so, kommen eigentlich viel cooler. Oder doch, nochmal tempomäßig ein bisschen was anzuziehen. Ich spiel ja auch Songs, die ich teilweise noch gar nicht aufgenommen hab. Zwischen seinem letzten Release und heute liegen gute 18 Monate. Der Grund dafür ist eine seltene Nervenkrankheit, die Punch zur Pause zwang. Genau darum heißt sein derzeitiges Projekt auch Schmerzlos. Ich hab euch diese Krankheit sehr viel gelernt. Und ich musste sehr viel lernen und ich hatte sehr viel nachzuholen, weil ich einfach viele Dinge hab schleifen lassen, weil es irgendwie lief. Ich hab mich um viele Dinge nicht gekümmert. Aus dem Grund ist es mir egal, aber Hauptsache ich kann meine Musik machen. Und durch diese Krankheit ist es so, man wird so wirklich damit konfrontiert, sich mit allen Dingen auseinanderzusetzen, die in irgendeiner Form wichtig sein könnten. Und wenn du das dann auch im Zusammenhang mit so richtig harten Medikamenten über eine lange Zeit machst, dann... Das nimmt einfach krass Einfluss auf deine Psyche. Und wenn man jetzt so insbesondere Schmerzmittel, die wirklich nicht die Schmerzen lösen, sondern dich einfach komplett betäuben, dann nehmen sie dir auch einen großen Teil deiner Emotionen. Wie zum Beispiel Angst. Und ich kam dann zum Beispiel dazu, dass ich so glaube, das ist nur meine These, dass wir Menschen einfach nur Angst haben. Also jede Angst, die wir haben, begründet sich auf der Angst vor Schmerz. Wir gehen keine Beziehungen ein, weil es könnte uns verletzen. Wir haben dann mit dem Herz Schmerz zu kämpfen. Wir wollen jetzt keinen Streit mit irgendwem, weil vielleicht könnte der uns richtig auseinandernehmen und dann liegen wir im Krankenhaus und haben derartige Schmerzen. Also ich glaube wirklich, dass jede Angst sich auf die Angst vor Schmerzen bezieht im Endeffekt. Und wenn du diese Angst einfach nicht hast, weil du wirklich so richtig drauf einen Fick gibst und jeden Schmerz in Kauf nimmst. Und ich meine, ich bin mit Schmerzen einfach jetzt geprägt. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man mir noch irgendwelche Schmerzen zufügen kann, die ich nicht in irgendeiner Form schon irgendwie erleiden musste. Aber hauptsächlich körperliche Schmerzen, oder? Nein, weil das eine geht mit dem anderen einher. Das ist ja auch witzigerweise so, wenn du eine Schmerzkrankheit hast oder so, das ist immer noch eine, nicht unbedingt psychische Seite, sondern einen seelischen Schmerz, der dadurch mitgetragen wird, weil du ja eingeschränkt bist. Wenn es Tage gibt, wo ich nicht laufen kann, dann kann ich ja auch leider nicht nur sagen, ja okay, die Beine sind scheiße, aber ey, lass doch irgendwie krass lange telefonieren oder so, weil das nimmt alles Einfluss. Und ja, ich denke, wenn man so diese Angst vor Schmerzen im Grundkern weglässt, dann lernt man sich selbst besser kennen. Dann weiß man wirklich, was für Ziele man eigentlich hat und nicht sich in das wettet, was man gerade hat. Und das ist eigentlich das Hauptthema des Albums, dass es einfach etwas Zeitloses ist. Und deswegen glaube ich, dass es zwar jetzt war, für mich insbesondere so ein typisch aktuelles Ding ist, aber dass es dadurch mitwachsen kann, weil es kein neues Thema ist. Es ist nur meine Version dieses Themas. Dass wenn du diese Angst vor Schmerzen irgendwie ausschalten kannst, jeder wird da seinen eigenen Weg finden müssen, dann kommst du eigentlich erst wirklich an das Leben, was du wirklich brauchst. Glaube ich, ist meine These. Und was hast du dadurch gelernt, durch die Krankheit? Eben, dass man sich seinen Ängsten komplett stellen muss. Einfach, weil sonst bist du ein Knecht deiner Ängste. Und das fängt bei ganz, ganz kleinen Sachen an und hört bei riesigen Sachen auf. Was geht ab, was verlieren! Was für Ängsten hast du dich dann gestellt, dadurch bedingt? Ich musste einen Entzug machen von Tididin. Ich war zwei Jahre lang im Wechsel auf Tididin und Tramadol, weil die Ärzte einfach nicht wussten, woher meine Schmerzen kamen, aber mich ja auch nicht irgendwie rumkrüppeln lassen konnten. Und dann einfach gesagt haben, gut, wir checken jeden Monat sein Blutbild ab, ob seine Leber, ob seine Nieren, ob die das alles mitmachen und so. Und dafür haben die mir halt trotzdem immer weiter diese Tabletten gegeben. Und so einen Entzug zu machen, ist ja auch so eine Sache. Also bei mir war dann mit der Diagnose klar, diese Schmerzmittel werden mir niemals helfen. Und ich muss von den Dingern einfach weg, auch wenn ich dann nichts habe, was mir diesen Schmerz bedeutet. Und du denkst dann so wirklich, dass du das nicht schaffst ohne diese Tabletten. Und du schon so lange damit lebst und du weißt, wie es ohne ist, dann denkst du, es geht doch irgendwie mit. Man muss sich halt auf dem dann stellen, dass die richtige Entscheidung ist, es wirklich komplett wegzulassen. Und so ein Entzug ist krass. Ich habe den auch nicht beim ersten Mal gepackt, sondern erst beim zweiten Mal. Das ist eine Angst, wo man sich stellen musste. Und dann geht es ja auch weiter. Es bringt dann ja wieder neue Probleme mit sich. Ich bin zwar körperlich frei von diesem Scheiß, aber diese psychische Komponente, dass du so tiefenentspannt warst. Und es ist alles oft nicht mehr da. Das ist deine ganzen Emotionen, die du zurückgehalten hast, die prasseln dann nach und nach schubweise auf dich ein. Und das wir schon abkürt haben können. Und du siehst auf einmal viel mehr von dieser Welt. Das war ja sicherlich auch eine Angst, dann ein eigenes Label zu gründen. Ist ja auch viel mit verbunden, oder? Ja, Angst, sein eigenes Label zu gründen, nicht. Oder sagen wir so, es ist ein Step und dazu gehört dann irgendwie Zukunftsangst oder irgendwie so. Ja, natürlich. Also, wenn du so an diesen Punkt schießt, bei mir war es ja so, mit dem alten Label, wo ich vorher war, kann man nicht mehr arbeiten. Also, das ist für mich keine Option mehr gewesen. Und diese Musik, die ich gerade machen will, ich hätte bestimmt irgendwo signen können. Aber noch bevor da ernsthafte Angebote reingerieselt sind, habe ich gesagt so, nein, vielen Dank, aber ich glaube, es muss noch erst diese Plattform geschaffen werden für diese Musik. Und ich dachte, ich muss dann einfach mein eigenes Label machen. Ist es denn jetzt ein richtig angemeldetes Label? Es ist ein angemeldetes Label und das hier ist der Label-Code. Ich halte mal kurz in die Kamera. Kann man das so sehen? Ja. Was muss denn deine Plattform haben, damit es für deine Musik passend ist? Attitude. Das ist so eine scheiß Antwort. Aber es ist einfach so, ich habe so das Gefühl, dass im Deutschrap jeder weggesignet wird, der gerade das erste Mal irgendwie Klicks hat. Wenn jetzt jemand so abgeht oder Potenzial hat abzugehen, dann sind die Labels immer heiß drauf, den sofort zu signen. Und das ist eben so das, was ich überhaupt nicht will, weil ich auch glaube, dass das dazu führt, dass diese Rap-Landschaft sich zu irgendwas Komischem empfremdet, was gar nicht mehr damit zu tun hat, irgendwie Mucke zu machen, sondern irgendwie Verkäufe zu erzielen. Und wir brauchen diese Zeit, um das den Leuten so näher zu bringen, wie es gerade ist. Das ist ja ein absoluter Umbruch. Viele wussten bis vor dem Song Wake Up Call noch gar nicht, dass ich nicht mehr bei Hallo Bandung verstanden habe. Auch an seiner Labelsituation hat sich einiges getan. Punch ist nicht mehr bei HB13 unter Vertrag, hat sein dazugehöriges Tattoo überstochen und äußert sich in seinem aktuellsten Song auch sonst nicht allzu gut über die Trennung von Sars Label. Für so eine Drama-Label-Trennung und sowas hatte ich einfach keinen Bock. Wenn man sich trennt und das nicht im Guten kann, dann geht das trotzdem nicht jedem was an. Und deswegen habe ich es, ich und die andere Partei auch so, einfach nichts öffentlich gemacht dazu. Im Hintergrund ist ja wirklich genug passiert und auch immer noch nicht alles durch. Aber du hast es ja trotzdem auch irgendwo zum Thema gemacht auf Wake Up Call. Also der Wake Up Call war ja 100 bars von meiner Diagnose bis jetzt, weil ich ja eineinhalb Jahre nichts rausgebracht habe. Und es wäre ja einfach schon wie eine Lüge gewesen, wenn man gewisse Dinge auch einfach verschweigt und nur die anderen Sachen erzählt. Deswegen war es mir schon wichtig, dass das Thema in dem letzten Part des Songs auch wenigstens gesagt wird. Also ich wollte jetzt niemanden dissen, irgendwie einen krassen Disstrack machen, aber das musste ich mir auch von der Seele schreiben. Also ich für meinen Teil habe gesagt, was ich sagen wollte. Wenn jetzt irgendwer da noch Beef will, dann muss es halt Beef geben. Das ist dann schade, weil es muss wirklich einfach nicht sein, aber ich werde mir auch nichts gefallen lassen. Deswegen kann es sein, dass noch mehr kommt. Kann auch sein, dass jetzt Ruhe ist, weil in erster Linie will ich mich auch einfach auf das Album konzentrieren. Ich habe keinen Bock noch irgendwie Disstracks hin und her machen zu müssen, weil man das auch einfach nicht in der Promophase macht. Also ich finde, das ist so, natürlich, es bringt Verkäufe und so, aber ich scheiße sowieso Hardcore auf Verkäufe. Ich freue mich, wenn es gut läuft, weil wir investieren ja auch Geld, aber ich will, dass die Musik der Verkaufsgrund ist und nicht die Musik, die abseits passiert, weil man noch irgendwie so ein anderes Drama hat, was die Leute vielleicht gerade mehr interessiert als das Album. Deswegen fände ich das, aber wenn es notwendig ist, ist es notwendig. Für zukünftige Projekte hat er sein eigenes Label Attitude Movement gegründet. Den Vertrieb übernimmt dabei Chapter One. Er selbst ist dabei noch der einzige Künstler und schmerzlos ist der Startschuss für das noch junge Label. Was ist denn die Haltung, die du vermitteln willst oder die du nach außen tragen willst? Egal ob jetzt an Fans oder an irgendjemand, Ich denke, wir haben in dieser Horde so heiß meine Fangruppe mittlerweile und das steht auch auf den Jacken drauf. Das hat sich irgendwie so ergeben. Aber wir haben da so drei Punkte geklärt, die ganz wichtig sind. Das ist Ausdauer, Ehrlichkeit und Loyalität. Die Ausdauer ist sehr wichtig, weil du niemals erwarten kannst, dass wenn du dein Ding durchziehst, also wenn du wirklich das machst, was du machen willst, kannst du niemals erwarten, dass es sofort funktioniert. Deswegen brauchst du einfach die Ausdauer. Du musst oft Lehrgeld zahlen. Ich habe oft genug vor wenig Leuten gespielt. Es gab Zeiten, da habe ich nichts mit Rap verdient. Es gab Zeiten, da habe ich viel zu wenig CDs verkauft. Und viele verlieren da auch einfach den Bock oder die Leidenschaft, weil sie denken, wofür machen wir denn nichts? Das sehe ich so oft und das bringt mir immer das Herz, wenn ich das bei Leuten sehe. Ehrlichkeit ist halt richtig, weil Leute, die nicht ehrlich sind und immer ihren Vorteil hier suchen und da und dann nur für eine gewisse Zeit am Start sind mit dir oder so, da kann man nichts langfristig mitmachen. Und die Ausdauer brauchen wir, weil wir langfristig arbeiten wollen. Und deswegen ist die Ehrlichkeit sehr wichtig und die Loyalität natürlich, weil wenn du ehrlich bist, hast du viele Feinde. Oder du kriegst viele Feinde oder du wirst Schwierigkeiten haben, weil jemand, der irgendwie lügt, der wird schneller gehört, der bekommt einfach viel mehr Aufmerksamkeit. Und Lügen haben ja auch das schöne Ding, dass sie einfach besser klingen als die Wahrheit. Wenn ich jetzt einen Künstler nehme und sage, guck mal, pass mal auf, ich gebe dir 50.000 Vorschuss, weil ich glaube an dich und der und der hat auch gesagt, dass wir dich rauskriegen und du bist diese krasse Notation kriegen und so weiter und der feiert das mega ab und sagt, ja, 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 aber es ist am Ende nur eine Lüge gewesen. Dann ist es eine Lüge, die für ihn auf jeden Fall besser klang, aber mich langfristig ficken wird und ihn sowieso und dann, ey, wir sind im Musikbusiness und da gibt es so was scheinbar nur. Habe ich zumindest so erfahren. Jetzt wollte ich mich auch fragen, was ist denn deine Attitude und deine Haltung zu der Musikindustrie? Du sagst ja auch auf dem Wake-up-Call mit jemandem was zu tun und so. Musik ist etwas, das eigentlich nicht in Zahlen zu messen ist. Also du kannst ja nicht anhand von Verkaufszahlen oder Chartplatzierung messen, wie gut ein Song ist. Das geht ja einfach gar nicht. Das Problem dabei ist, dass Künstler von der Musik leben und deshalb muss es ein Musikbusiness geben und das ist völlig frei von Emotionen. Kunst besteht nur aus Emotionen und dieses Musikbusiness ist frei von Emotionen. Und das ist ein sehr schwerer Kompromiss, den ein Künstler mit einem Major-Label zum Beispiel eingeht, weil die einfach nur auf die Zahlen gucken müssen und der Künstler eigentlich gar nicht auf die Zahlen gucken sollte. Es ist ein scheiß Kompromiss, weil in dem Moment, wo du Musik veröffentlichst, machst du sie nicht mehr nur für dich. Aber selbst wenn es dir auch gar nicht darum geht, viel Geld zu verdienen oder so, geht es einem Künstler ja auch, denke ich mal, darum, seine Kunst nach außen zu tragen, dass die Leute darüber reden, sich eventuell aufregen, auskotzen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass diese Musikindustrie eben dadurch, weil sie so emotionslos ist, halt auch oft auf Künstler scheißt. Wenn die Zahlen nicht stimmen, wird jemand gedroppt. Gibt es ja gerade im Rap auch immer mal wieder. Und das macht mich traurig, weil ich finde, wenn man mit jemandem so eine Vereinbarung eingeht, dann macht man das, dann sollte man das nicht machen, weil es Geld bringt. Und natürlich sollen alle ihr Geld verdienen, das sage ich ja immer wieder, aber das sollte nicht im Fokus stehen. Aber deswegen habe ich vielleicht auch zu einem großen Teil mein Label gegründet, weil ich das jetzt selber lenken kann. So, ich weiß ganz genau, was ein junger, hungriger Künstler erwartet von seinem Label und ich weiß, dass ich das bieten kann. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du denkst, so jetzt geht's los, jetzt geht's los, weil dies und das wird gemacht, und du findest raus, es wird gar nichts gemacht. Am Ende des Tages geht es nicht um Geld hier. Und fragt mal die Fans so, ob, so, warum seid ihr hier, was war damit verbunden und so weiter. Keiner würde dir sagen, ja, also als erstes habe ich eine Karte gekauft für 19,40 Euro, sondern die werden dir erzählen, was sie hier erleben. So, oh ey, wir mussten vier Stunden fahren und das und das und jetzt sehen wir Pancha-Aroganz. Das ist das, was zählt und das will ich einfach haben. Ich möchte allen, die hier sind, auch mal erklären, warum gerade ihr heute diese Jacken bekommt. Okay, wir haben vor knapp vier Jahren eine Facebook-Gruppe gegründet. Das war der Punch Girls Club. Der Sinn der Sache war nicht, irgendwie alle Groupies in eine Kartei zu schieben, was durchaus geklappt hätte. Der Sinn der Sache war, wenn, sobald man einen weiblichen Rap-Fan hatte auf Facebook und jemand hat gesagt, ah, ich feiere Punch, kamen sofort drei, vier, fünf Typen und dann drunter geschrieben, oh, blöden Schlampe, du hast gar keine Ahnung von Rap, verpiss dich. Und somit hatte ich irgendwie gar keine Mädels mehr oder so, die irgendwas kommentiert haben. Ja, deswegen haben wir halt diese Gruppe gemacht. War jetzt nicht die beste Idee, aber es hat die Idee danach gebracht für die Horden-Facebook-Gruppe, wo jeder rein kann, der einfach nur einmal kurz nachweist, dass er es supportet hat. Sei es ein T-Shirt, sei es ein Kick, sei es ein Link gepostet, was auch immer. Ohne auch nur einmal was dafür zu verlangen, machen diese beiden das für mich seit über vier Jahren. Ja, deswegen habt ihr heute sogar das Special, denn hier stehen eure Namen drauf. Wir sind in einer Zeit, wo Autotune und Trap nicht mehr nur ein Halb ist, sondern sich komplett etabliert hat. Ja, Zeitgeist. Ja, man kann jetzt nicht mehr sagen, okay, Autotune und Trap funktioniert, der macht das auch so. Aber es ist wirklich so krass, dieser Zeitgeist, dass ja jeder von den Newcomern auch denkt, okay, wenn ich was mit Rap reißen will, dann muss ich so, oder? Dann muss das so und so sein, ja. Sicher. Ich meine, es gibt ja auch genügend Leute, die mittlerweile richtig heftigen Trap abliefern. Aber das war bei mir auch so, als ich so angefangen habe zu rappen mit 15, 16, da habe ich richtig drauf geachtet, zu diesem krassen Reimschema zu haben, wie Kolle und Faith, wo Selfmade gerade so den überkrassen Aufschwung hatte. Wer mich auf überkrasse Reimketten und immer einen Wie-Vergleich in seinem 16er hatte gemacht hat, der war einfach wack. Und deswegen kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, aber ich bin über diesen Punkt hinaus, denke ich, dass ich noch so gucke, oh, was muss ich jetzt machen, damit es ankommt, sondern ich mache einfach das, was ich denke, was für mich krasse Muke ist. Der Kuchen ist groß genug, das ist ein Irrglaube, dass man nur diesen Zeitgeist erfassen muss. Hier nebenan, in diesem Raum, spielt gerade eine Band, von der ich nie was gehört habe, die machen dreimal so viel gerade voll wie wir. So, und niemand sagt so, ja, aber ihr würdet doch viel erfolgreicher sein, wenn ihr das und das macht. Nein, das läuft einfach. Das ist nur im Rap, glaube ich, auch so, dass man so richtig übertrieben darauf achtet, so, die Amis geben so den Trend vor, irgendwann gucken die Franzosen und Amis, was bei deutschem Rap so geht, und wollen sich orientieren. Und dann weiß ich, dann wissen alle nicht mehr, was sie machen sollen. Es kann ja sein, dass der Scheiß, den ich mache, wofür ich glaube, ich nicht mal einen Begriff habe. So, ich glaube, so ein Begriff trägt sich ja immer. Kann ja sein, dass das irgendwann der nächste Schild wird. Kann auch sein, dass es niemanden interessieren wird, oder dass es nur weiterhin meine Fans interessieren wird. Was mit den Jungs, mit denen du jetzt auf Tour bist, steht die nicht als potenzielle Signings irgendwo im Raum? Twizzy ist ja sowieso mein Partner auf dem Label. Also, wenn der was rausbringen will, dann wird das auch über Additude Movement rausbringen, aber dann muss ich nicht so einen extra Vertrag machen, weil er ist mit das Label. Aber hast du dir das zusammen gegründet? Auf dem Papier nicht. Auf dem Papier ist es zu 100% mein Label, aber wir sind diese Trennungsphase vom alten Label auch durchgegangen. Insgesamt haben wir beide schon eine sehr, sehr schwere Zeit durch und er hat mir sehr geholfen, den Kopf oben zu halten. Ja. Und eben auch mit diesen Drogen zu geben, dass wir jetzt alles alleine machen, dass wir unser Label finden. Alleine klingt immer so, als würde ich das als einzige Person machen, aber alleine heißt halt unabhängig. Bei Cassius Clay, das ist noch so eine Sache, da weiß ich eben nicht, was bei ihm so musikalisch gerade abgeht. Ich frage ihn immer mal so, machst du ein Album oder so? Und er so, ja, ich bin mal hier so ein bisschen da, aber ich habe bei ihm noch nicht so das Gefühl, dass er wirklich den Kopf dafür hat, gerade oben zu machen. Ich frage mich auch gewisse Dinge hinaus in meiner Musik und ich erwarte auch so, ich erwarte auch so von den Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, dass die ein bisschen das teilen, was ich machen möchte. Und das ist leider oft nicht passiert und ich bin, ich habe, was ich gerade gesagt habe, ich habe dann vielleicht auch ein anderes Verständnis für Loyalität. Für mich ist dann, wenn du da 20 Euro mehr verdienen kannst, das ist für mich kein Grund, oder zumindest nicht mal das Gespräch zu suchen, sondern einfach jemanden so Messer anrufen zu haben. Das würde ich niemals tun. Und deshalb anstatt mich gerade mega viel. Wir wachsen auch durch die aktuelle Situation krass zusammen. Und dementsprechend bin ich wieder bei ihm sehr sicher, dass wenn ich was ausbringen möchte, mich jetzt was gerne mit ihm machen, weil das ein cooler Prozess wäre und weil ich da Bock drauf habe, mit ihm zu arbeiten. Soll mir Warner USA ein Angebot machen, soll Jamie sein, wenn ein Album kommt für uns mit Bunch. Ich glaube, dass es mit ihm zusammen sehr gut funktionieren würde und wir auch in gewissen Sachen auf einer Wellenlänge sind. Du, wir haben beide, glaube ich, ein sehr gutes Gespür für Hooks, so, wo wir legen sehr viel Wert auf diese Double-Tip-Kisse und deshalb versteht er, was ich für Musik machen möchte, was ein wichtiges an einem Song ist. Und deshalb habe ich Bock darauf. Er ist a, ein überkrasser Musiker, b, er hat auch schon so eine lange Strecke hinter sich, wo er diese Mucke halt macht, ohne wirklich das dafür zu bekommen, was er verdient, meiner Meinung nach. Ich würde mich freuen, wenn ich bei ihm so ein paar Hebel in Bewegung setzen könnte, dass es halt andere Ausmaße annimmt. Aber dafür müsste er mir zumindest mal das Gefühl geben, dass er ein Album rausbringen will oder irgendwas. Aber ich kann mir dazu vorstellen, dass Cash es reinpassen würde. Ich kann mich so ein wenigtausken, dass er sich einig ist, wie ich so ein wenigstens, wie ich ihn verlinke, wenn ich ein wenigstens einfach mal habe. Und ich bin vielleicht ein wenigstens, wenn ich mir jetzt nicht so eine Menge avons geschoben sehe,